Nein. Bitte schön. Medikamente in Kapselform, wenn Gelatine enthalten, also behalten, das können wir. Darf man jetzt einnehmen? Medikamente in Kapselform, die Gelatine enthalten. Man sucht erstmal nach einem anderen Produkt. Schaut mal ein Muslim, schaut erstmal, dass er das Beste findet. Okay? Und heutzutage gibt es viele Generika, das heißt Ersatzprodukte. Und in manchen findet man auch etwas anderes. Dann soll man erstmal darauf schauen. Und Achil Karim, mittlerweile gibt es sehr viele mit Fischgelatine. Aber wenn der Fisch geschlachtet wurde, Halal. Ein Bruder war einmal in einem Supermarkt von einem Muslim, stand auf der Tonfischdose, Halal. Der wollte besonders Halal. Natürlich, Fisch kannst du auch von Kaufland kaufen, das muss nicht geschlachtet werden. Das ist nicht wie Huhn oder Fleisch. Aber manche Leute, Maschallah, die übertreiben mit dem Halal. Naam, Wallahu Ta'ala, A'la, wa. Ja, daakiral ashab, kam mutadiba.